Im letzten Video haben wir Funktionen kennengelernt. Eine Funktion überführt Parameter in Effekte. In diesem Video gehen wir nun einen Schritt weiter und verketten einfache Funktionen, um komplexere Funktionen zu erzeugen. Dazu fangen wir mit ein paar sehr einfachen Funktionen an. Eine Funktion, die unabhängig von ihren Parametern immer den gleichen Effekt hat, bezeichnen wir als eine konstante Funktion. Konstante Funktionen haben unabhängig von der Eingabe immer das gleiche Ergebnis. Eine Funktion, die ihre Parameter ohne Veränderung als Effekt hat, bezeichnen wir als die Funktion. Diese beiden Funktionstypen tauchen immer wieder auf und wir merken sie uns. Kommen wir zum Verketten zurück. Wir können zwei Funktionen kombinieren, solange die Effekte einer Funktion Teil der Parameter der anderen Funktion sind. Das bedeutet, wir rufen zuerst die eine Funktion auf und übergeben das Ergebnis an die folgende Funktion. Nehmen wir an, dass wir zwei Funktionen f und g haben. Beide Funktionen überführen eine rationale Zahl in eine rationale Zahl. Damit ist der Effekt beider Funktionen ein möglicher Parameter für die jeweils andere. Wenn wir g zuerst ausführen und dann das Ergebnis an f übergeben, dann können wir das als f von g von x schreiben. Wenn wir zuerst f ausführen und das Ergebnis an g übergeben, dann würden wir die beiden Funktionen als g von f von x kombinieren. Dieses nacheinander ausführen und Ergebnis weiterreichen wird als Verkettung bzw. auf Englisch als Chaining bezeichnet. Mit Hilfe des Chainings können wir aus einfachen Funktionen komplexe Funktionen wie mit einem Baukasten zusammenbauen. Die geschachtelte Schreibweise der Funktionsaufrufe wird immer unübersichtlicher, je mehr Funktionen wir in eine Kette aufnehmen. Stattdessen verwenden wir die Kettennotation mit dem Verketten-Operator, der als Kringel dargestellt wird. Also anstatt g von f von x zu schreiben, schreiben wir eine Aufrufskette als f kringel g von x. Dabei steht die zuerst aufgerufene Funktion vor der später aufgerufenen. Wir lesen das übrigens als f verkettet mit g von x. Die Aufrufskette zeigt uns deutlich, in welcher Reihenfolge die Funktionen aufgerufen werden müssen. Gleichzeitig können wir die Aufrufskette nutzen, um komplexe Funktionen in überschaubare Teilprobleme zu zerlegen. Die Identitätsfunktion ist in einer Aufrufskette das neutrale Element, ganz analog zu 1 bei der Multiplikation. Wenn wir FID für die Identitätsfunktion schreiben und eine beliebige Funktion g annehmen, dann gilt immer FID verkettet mit g von x ist gleich g verkettet mit FID von x ist gleich g von x. Wir können also beliebig viele Identitätsfunktionen in eine Funktionskette einbauen, ohne dass sich der Gesamteffekt verändert. In Excel nutzen wir diesen Umstand zum Beispiel zum Kopieren von Werten an für uns besser geeignete Positionen, bevor oder nachdem wir den Rest einer Funktionskette ausführen. Mit diesem neuen Wissen über Funktionen können wir die arithmetischen Operationen aus dem Video Grundoperationen im neuen Licht betrachten. Diese Operationen können wir selbstverständlich auch als Funktionen schreiben. Die Funktionen haben alle mindestens zwei Parameter. Aus Plus wird Summe, aus Mal wird Produkt, aus Minus wird Differenz, aus Geteilt durch wird Division, aus Potenzen wird Potenz und so weiter und so fort. So können wir Aufgaben und Formeln von der Operationsnotation in eine funktionale Schreibweise überführen. Nehmen wir zum Beispiel die Aufgabe 2 mal 5 minus 3 hoch 4. Hinter diesen Werten steht die Formel a mal b minus c hoch d. In der Funktionsnotation können wir diese Operationen wie folgt ausdrücken. Differenz von Produkt von 2 und 5 und Potenz von 3 und 4. Als Funktionskette würden wir die gleiche Operation wie folgt schreiben. Produkt und Potenz wird verkettet mit Differenz von 2, 5, 3 und 4. Im Gegensatz zur Operationsnotation lässt die Funktionsnotation keinen Zweifel über die Reihenfolge der Arbeitsschritte. Das ist sehr praktisch, denn anders als bei der Caps-Regel können keine Missverständnisse entstehen. Die funktionale Sichtweise hat zusätzlich den Vorteil, dass wir eine Funktionskette als eine Folge von Teilproblemen verstehen und behandeln können. Wir können also jeden Teil einer Funktionskette isoliert betrachten und nacheinander lösen. Wir lösen also zuerst die Produkt- und die Potenzfunktionen und in einem zweiten Schritt übernehmen wir die Ergebnisse als Parameter für die Differenzfunktionen und erhalten dort das Gesamtergebnis. Diese Logik können wir fast direkt in Excel übersetzen. Leider haben wir in Excel keine Differenzfunktion. Hier brauchen wir also eine Alternative. Dabei nutzen wir aus, dass die Differenz eine Kombination aus Addition und Multiplikation mit –1 ist. Das haben wir ja letzte Woche im Video über die Grundoperationen gelernt. In Excel versuchen wir, Funktionsketten möglichst so aufzuteilen, dass jeder Funktionsschritt in einer eigenen Zelle steht. Fangen wir unsere Funktionskette in Zelle B1 an und schreiben ist gleich Produkt von 2 und 5. In Zelle A2 schreiben wir danach ist gleich Potenz von 3 und 4. Nun müssen wir den Wert in Zelle A2 für die Differenz negieren. Wir schreiben also in die Zelle B2 ist gleich Produkt von A2 und –1. Abschließend bilden wir die Summe in Zelle C2 mit ist gleich Summe von B1 und B2. Das Ergebnis ist –71. In Excel können wir Funktionsketten visualisieren, indem wir uns die Spur zum Vorgänger anzeigen lassen. Dazu wechseln wir in das Menüband Formeln und wählen dort für unser Gesamtergebnis die Option Spur zum Vorgänger aus. Diesen Schritt wiederholen wir in Zelle B2. Jetzt können wir die gesamte Funktionskette sehen und leicht nachvollziehen. Natürlich hätten wir auch direkt die folgende Formel schreiben können. Ist gleich Summe, Klammer auf, Produkt, Klammer auf, 2, Semikolon, 5, Klammer zu, Semikolon, Produkt, Klammer auf, Minus 1, Semikolon, Potenz, Klammer auf, 3, Semikolon, 4, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Solche verschachtelten Formeln lassen sich nicht nur schwer lesen, sie sind auch fehleranfällig und sehr schwer zu korrigieren. Außerdem gibt es in Excel nur ganz wenige Situationen, in denen wir sinnvoll Funktionen kompliziert verschachteln müssen. Deshalb gewöhnen wir uns an, dass wir Arbeitsschritte trennen. Fassen wir zusammen. Wir haben konstante Funktionen und die Identitätsfunktionen kennengelernt. Wir können einfache Funktionen zu komplexen Funktionen verketten. Dabei ist die Identitätsfunktion das neutrale Element der Funktionsverkettung. Mit diesem Wissen haben wir Operatoren in Funktionen übersetzt. Fragen Sie sich zum Abschluss, warum es in Excel sowohl Funktionen als auch Operatoren gibt. Vergleichen Sie hierzu die Addition zweier dynamischer Felder, einmal mit dem Plus-Operator und einmal mit der Summe-Funktion. Schreiben Sie Ihre Beobachtung und Ihre vermuteten Ursachen in die Kommentare. Die Entwicklung und Ihr von der Kameras haben noch eine 冷ter Sekunde. Drei. Drei.